Das Turnier ist vorbei, ich sitze jetzt hier bei unserem Sieger, Christoph Blauer, äh Christoph war, ne? Ja, Christoph. 6-0 ist er gegangen mit seinem Shadow Deck, das möchtet ihr euch erst mal vorstellen, oder? Ja, fangen wir mal an, mit den Monstern Main Deck. 3 Mathematiker, 3 Mal den Kleinen, 3 Shuttle Beasts, 2 Falco, 2 Eagle, 2 Spamata, 2 Dragon, 1 DAD, 1 BLS, 1 Lindwurm und 1 Armageddonata. Okay. So, Zauberfallen, 3... Wie oft kam der DAD heute tot? Tod gar nicht. Okay, weiter. Noch nicht einmal. Du reichst durch Fusion? Ja. Eine Mind Control, eine Law of Darkness, eine Super Pony und ein Foolish. Okay. Keine MSTs Main? Keine MSTs Main. Die Dragon machen eigentlich alles, was ich weghaben will, weg. Fein Karten, 2 Shadow Games, 2 Trap Stunts, über gut gelaufen, lasst du auf jeden Fall drin. 2 Vanity's Emptiness, 2 Birth Rebirth, 1 Breakthrough Skill, 1 Heber und 1 Warning. Okay. Warning, ja? Ja. Sagt man doch, das wird zur Zeit nicht so gespielt. Ich finde es stabil. Ich finde es immer noch gut. Krasse Karte. Und die Burs für Wolves? Auch gut. Beide Daumen hoch. Gut. So, Extra Deck. Hm. Zwei Construct. Ja. Zwei Linder. Ein Castle. Eine Laval Wall Chain. Ein Cowboy. Ja. Ein Emerald. Ein Dweller. Ein Exiton. Ein Arcanid. Ein Rose Dragon. Ein Amatis. Ein Leo. Und ein Gourou. Alles klar. So, jetzt noch Side Deck. Ein Ginso. Okay. Ein Raiko. Eine Lula. Zwei Max C. Zwei Didi Crow. Ein Nobleman. Zwei MST. Eine D-Fusion. Doppel Pulling. Ein Desaster. Und ein Chainz Appearance. Okay. Das scheint sehr überlegt. Ja. Das heißt überlegt. Viele Grüße mal wieder an Umut Serin mit dem ich das Deck gebaut habe. Alles klar. Der Umut hat überall seine Finger im Spiel. Demnach ja sehr überlegt. Ja. Bin ganz zufrieden damit. Hatte gegen kein Deck wirklich Probleme. Außer gegen ein Anti in Runde zwei. Da hatte ich viel Glück. Aber sonst ganz schön stabil. Gut. Grüße gehen an. Grüße gehen an. Grüße gehen an Chris Trautwein. Zum zweiten Mal schon. Jens Eckart. Mein Team. Umut. Und Nico Termler. Und ich grüße an der Stelle mal Max. Mein Ergebnis war jetzt 5-1 mit Corti Mairos. Bis dahin. Danke dir. Tschüssi. Grüß. Bescheid. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020